Mittendrin, das ist das Programm. Heute nehme ich euch mit auf die Reise von Young Chefs Unplugged. Viel Spass! Willkommen beim Lehrlingswettbewerb von Vorarlberg für Bursche. Young Chefs Unplugged, the place to be warm in der Ka, weil da alles, was ein Kaus macht, läuft in denen zwei ein halb Tag da. Young Chefs Unplugged, die optimale Plattform für Jüngküche, um Neues zu lernen in Workshops und interessanten, hochkarätigen Referenten zuzuhören. ein sacrificierende Immer Huang Esländer �iz zähne Achします M Зường Hier bei Young Chefs am Plagg kann man in zwei Tagen die ganze Welt der Aromen und Geschmäcker erleben. Verschiedene Food-Konzepte, Tastings, überall gibt es Kleinigkeiten zu essen, viel zu lernen. Also seid dabei, kommt zu uns! Fünf Länder, die Köchinnen und Köche sind hier. Es geht darum, dass du einander kennenzulernen, dass du die anderen mehr mitbekommst, wie die anderen arbeiten und einander kennenzulernen. Denn genau diese Netzwerke sind die, die zählen, wenn du später als Koch, als Köchin arbeitest und auf Hilfe und Unterstützung und Antworten angewiesen bist. Darum, Young Chefs am Plagg, hier in Dornbirn, in Österreich, darum gehen wir hier hin. So, liebe Jungköchinnen und Jungköche, das waren richtig coole drei Tage hier in Dornbirn. Und save the date für das nächste Jahr. Netzworking, verteilen, Werbung machen, von 14. bis 16. Oktober 2022, hier in Dornbirn, von Young Chefs am Plagg. So, stay to be here. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächstes Jahr. Bis bald. Euer Philipp. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.